Was geht ab, was macht Timo Wachs hier, der Local Hero auf dem blauen Staatenplatz? Das Band geht da oben und Timo Wachs, er will es wissen, genauso wie Robert Baumann. Und da kommt Jens Buchberger, angeflogen. Jens Buchberger, ja, er ist ja müde. Kommt vor, jetzt ist er. Robert Baumann, die 14. Das ist Sam Ensign. Und da kommt Jens Buchberger. Was ist denn los, da hier ist der Sam Ensign. Ah, keine Ahnung, das liegt doch gar nicht. Was für eine Ahnung. Ein Finale, das ist hier eine ganz, ganz bittere Nummer. Eine Runde zum Genießen, Timo Wachs und Robert Baumann. Und jetzt hat er sich da und macht es sich nicht für unseren Einmal davor. Und jetzt startet Marcel, Jeffrey Sibesma vor Marcel Sebastian. Ja, was für ein Auftritt von Timo Wachs. Unglaublich. Er gewinnt hier das Finale vor Robert Baumann und Jeffrey Sibesma. Die drei qualifizieren sich für das Highlight für das DKA Handicap Superfinale.